Ich muss auch, wenn Tolkien gecatcht wird, muss ich auch, weißt du, ich muss brüderlich auch reingehen lassen. Sehr solidarisch von dir, finde ich klasse. Solidarisch, genau, danach habe ich gesucht. Wir sind auch so eine Einheit, das muss klappen. Ja, macht Sinn, sehe ich. Ich weiß, dass halt bei V9 Academy nicht die Practice ist, ne, aber... Ja doch, die haben wir bei uns auch. Deswegen seid ihr auch nicht verrestet, äh, was? Das ist Tolkien. Tolkien, calm down. Ihr Familie. Ich fand's lustig. Wahrscheinlich noch nicht, aber... Ey, Willi, hast du euch der Skate auf mich abgestimmt, oder? Ja, na sicher, habe ich das gemacht. Einer, man, man. Aber warum hast du Kugelskate? Dann trollst du mich doch. Ach so, soll ich nicht? Ne, du skates W. Ich troll dich wirklich, keiner scheinbar. Haben die eigentlich irgendwelche Somskills? Äh, also ich habe Ignite gesehen bei mir. Also bei mir haben sie 100% nichts benutzt. Hier, offensive Tolkien. Hier, Minion. Wannler hat nicht gelisht, oder? Wollt er nicht gelisht, nein. Okay, läuft sehr gut. Ich deute das mal als nein. Läuft überhaupt nicht gut. Ich kann hier, ne, wir geben das niemals. Das sind genau dieselben, ne? Ja. Ne, äh, Eidos. Du hast das? Du hast das mit, ne? Ich habe Q und 2. Ja, ich habe Worte nicht genug rausgeschmissen. Ich kann dich nicht ausstecken, er war im Gebüsch. Ich bin, ich bin, ich bin schon wieder rausgeschmissen. Oh, das ist happening hier. Aber, Willi, er war nicht im Gebüsch, du ist einfach... Kannst du hinterherlaufen slappen? Ja, die Ludo hat doch wieder Schild. Komm runter, ich komm runter, ich komm runter, ich komm runter, ich komm runter. Ja, dich doch dann hat ja. Ich glaube, dass ich sich Level 1 gegrieft habe, war das Problem. Wenn ich da Dings hab, hier ist free. It's my bad, it's my bad. Endlich siehst du es ein. Nein. Ich könnte versuchen, ich... Ah, ne, die sind top. Ach, der ist ja so ne... Ich liebe diese Kinderskin auch. Nein. Ja, ne, er ist... Ich liebe ihn auch über alles. Ah, let's go. Hast du das Aquamarine-Kroma? Das Schönste. Welche Farbe? Aquamarine. Es ist blau. Ja, rede mal über Aquamarine, während du seine Wave nimmst. Das ist schon sehr gut. Warum nimmst du meine Wave? Ich bin doch da. Ich glaube, ja. What the fuck, Albert? Meine Gehirnzellen wurden von Aquamarine überfordert. Aber das ist auch so, wer sagt denn Aquarine? Es heißt so. Hallo. Es heißt literally Aquamarines Kummer. Ich hab den, ja. Aber der hat, glaube ich, so ein bisschen grüner. Das gefällt ihm gar nicht. Ich bin hier. Soll ich mitkommen mit dir, oder was machen wir hier? Ja, komm mal mit bis. Ich glaube, ich kriege jetzt einen Flash. Ja. Oh, ich hab mein Auto zergekämpft. Oh, 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 oh. Die Skin sieht doch einfach viel größer aus, oder? Kannst du den hier kurz einmal reinpusten? Nee, der Skin ist nicht größer. Ah, ne. Der sieht so. Jetzt noch nicht pushen. Wollt sie größer aus. Ach, okay. Der zu Recht sagt Albert nicht nein. Nee, ich mein den auch. Hä? Okay, Albert. Ich glaube, der hat keinen Flash mehr. Soll ich das? Albert hat die Ketten damit genommen. Die nehmen, oder? Ich muss den kennen sogar smiten. Äh. Lass mal. Das ist doch das YouTube-Game. Oh, my God. Oh, my God. Was passiert hier? Lulofitsch kommt mit in C-10 Sekunden. Albert. Albert. Ui. Oh, my God. Lulofitsch kommt. Lulofitsch kommt. Lulofitsch kommt. Du hast halt Albert. Ich hab das. Ich hab das. Ja, kein Problem. Du bist so gut, Albert. Danke. Albert, wer bist du? Ich bin 21. Ja. Du bist so alt für die... Ich bin 20. Boah, das sind ja alles junge Hüpfer, man. 22, 21, 20. Krass. Ready, wer bist du? Halt die Klappe. Heute gehen wir richtig im Modus irgendwie. Geile Flex-Cube. I love it. Aber jetzt jeden Freitag, Donnerstag. Nee, Freitag. Ich mein, Flex-Cube. Freitag bietet sich auch an, ne? Namenszellen. Ganz hier ähnlich drin. Das ist schön. Das ist jetzt zwar ein Devil-Down, aber ist egal. Ich sehe uns. Das war jetzt hier ein bisschen Boxen. Hier ein bisschen Jungle-Boxen. Ja, du musst mir helfen. Ich weiß nicht, ich glaub ich hab ein bisschen gekriegt. Wir sehen uns da, oder? Wir haben hier jetzt wartet. Oh, ich krieg mein Stack. Der wär auch ein Kill, ne? Ja, aber mein Stack ist doch richtig. Ja, ich könnte bitte Action-Kill, ne? Ja, hat er nicht Flash? Aber ich brauch dich einfach. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder Flash, ne? Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Hat er vielleicht hat der Flash? Ich weiß nicht. In Welt ist halt geflischt. Nein, der ist nicht geflischt. Der ist auf 6. Der ist auf 6. Ich denk jetzt behind us. Jo, ich komm her, ich boxe dich. Ich hab nicht so Move, ne? Ich hab nicht so Move, ne? Ich kann hochmoven, ich kann hochmoven. Ich bin fucking weak, ne? Ich bin fucking weak, ne? Ja, ich hab noch nicht meine Stack. Ja, ich glaub, das ist ein gar nix Topset machen. Ja, ich glaub, das ist ein gar nix Topset machen. Ein bisschen rein scaleen. Ja, ein bisschen rein scaleen. Ja, das geht auch. Ja, das geht auch. Ja, wir können auch gerne werfen. Ja, wir können auch gerne werfen. Was wär? Ja, das Spiel. Warum sollten wir das machen? Ja, für Content. Hä? Was heißt für Content, wenn wir einfach verlieren? Ja, wir wollen ja das Game spannender machen. Es ist ja langweilig, wenn's so one sided ist, ne? Ja, das sieht nicht so noch nicht one sided aus. Ja, aber dafür haben wir unsere Content-Relator auf Level 1 gesorgt. Also, das war strategisch geworden. Alter, wie machst du das gegen Olaf mit Quest Blood, mein Junge? Wie machst du das? Er hatte keinen Fl전�pХ. Nimmst FaceRush mit und dann machst du das einfach. Aber wir müssen jetzt hier ein bisschen Party machen. Ja, ich glaub. Ich glaub, das ist die einzige Möglichkeit, wie du diese Lade bist. wollen das aufhören nicht hier sehen mich dann auch den sekundes dass sie machen ich kann fliegen noch er fliegt mal mit zweck das gehen relativ also los wir kommen hier nicht durch ich komme jetzt aber auch nicht aber auch nicht aber auch meine zuschauer lieben den grauen bildschirm der grau bildschirm ist mein freund geworden über die jahre ich gehe road of ages gehe ich da habe ich ja die besten erfahrungen mit ich glaube ich habe es ein bisschen mehr um albert das macht das und er kann nicht aktivieren ich aber ich muss weg ich helfe dir dort alles aber das habe ich nicht eingesehen für dich gewesen ich habe ich glaube ich sterbe ich glaube ich sterbe nein der hat kein fleisch kein ulti gibt meinem ich kann auch fliegen okay aber diese kombination kann das sein also morgen schon mal nicht das kann ich könnte sagen das war dringend gescoutet hier ein bisschen aber aber das ist nicht dabei keine sorge hat er kommt also er ist nicht dabei nein 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 ich spiele nicht für das team ich spiele nicht mit kanji mit meinem prime league team dann ist er eh free was soll das denn heißen ich bin jetzt willi gar nicht für die heißt heißt du wenigstens albert also gut das erfährt das war das zählt und schauen das einfach nicht nur das sie kämpfen ist ein bisschen action rein der stuttig um hast du jetzt den ula markiert er damit ich gewirbt ist ja das hat mich er wird also das was er was er ist eigentlich das erstmal schauen ob du auf die gehen runter ich komme aber ich habe nichts mehr jungs und freddie mit dem stern ich dachte dass es ist aurelion der macht nix er kann nix ich brauche kurz jemanden der der mitte mich immer ablösen wenn unsere kille mit ohren spielt ist es so hart für gegner zu arbeiten doch ich glaube auch ja wir können die fähler nichts mehr machen spieler ich kann nicht mit ich kann aber ich denke nicht dass du den killen oder wir haben kein mann auch kein mann auch sport der flash durch ich weiß ich muss noch nicht er war einmal der twitch ok ich bin so gut wie bereit hier mit einer Avalion. Da muss man ein Item, dann geht's los. Ey, was ist denn jetzt los? Mit deinem Recall, den du früher gecancellt hast, um zu mir zu kommen, mit mir zu Recall. Deswegen. Wird kein Mitte sein, ein Joke? Haken die sich noch so ineinander ein? Xyra und Raken haben das lange nicht mehr gesehen. Gerade haben sie es nicht gemacht, deswegen war ich auch so verwirrt. Den ist auch einfach zu gut. Ist der Skin-abhängig oder nicht? Mach doch mal. Was machen die denn? Ich glaube, wir machen. Wir halten den Pokal zusammen. Ganz einfach rein, aber. Also, aber ein bisschen wecker als bei anderen Skins. Nur wenn der Olaf kommt. Unter mir ist dann gerade Rula und dann haben wir den Pokal gehalten. Das war doch voll geil. Ja, das war voll super. Der könnte actually kommen. Wir werden uns einfach noch nicht gewinnen sehen. Du bist einfach ein Hater. Ich hör das. Ich mach hier nichts. Ich hab schon mehr gewinnt, ey. Ich weiß nicht, was ich gerade gedacht habe. Da war ich auch schon. Da war ich auch heute schon. Ich bin auf den Urlaub. Meine. Okay. Ich bin auf Urlaub gehen, ja. Kommt jetzt. Okay. Okay, kommt demnächsten. Orion Sol Gaming. Ich hab keine Ult. Das ist geil. Machen wir das? Oh mein Gott, ich griefe. Bleiben wir das einfach. Ich brauche noch fünf Sekunden. Okay. Oh ja, alles gut. Bin on. Armin, ich hab das Deck bekommen. Allgäste fallen. Ja, nehmen wir den Tötter? Schnell. Äh, ja. Musst du gleich das Plating noch? Ja, das Plating kriegen wir. Kommt das schnell? Ja, wir müssen weg nach dem Plating, oder? Lass die Pflanze, wenn es geht. Äh, die Pflanze ist schon weg. Er hat die genommen. Geh raus, wenn du kannst. Ich chase mich. Oh, warte. Ich hab Harry noch drückt. Oh, warte. Oh, komm wie raus? Renn zur Schule. Alter, ohne Scheiß. Du bist ein guter Orn, ey. Ja? Nicht schlecht. Face Rush. Die hat das... Oh, das aber, Mann, Orn halber, ey. Tolki, nimm dein Notizbuch in die Hand. Ich bin echt kein guter Orn mehr. Du bist da... Bist du nicht? War nicht einer da am besten? Du hast doch ein super guter Orn. Ich war fein, aber ich war nie richtig gut, fand ich. Ich war okay. Wir spielen ohne Orn dann morgen, ne? Ja. Dann kannst du da sowas von vergessen, ey. Wenn wir Mordecaiser Camille gibt's gegen dich, bin ich happy. Da kein Problem. Der Mordecaiser finde ich tatsächlich noch fein. Gemill bist du ein Zandra auf. Und danach Dojji einfach die Lane und geht. Ja, betreut. Was willst du denn tun? Weh raus, was raus, was raus. Wir winnen. Ich bin tot schon. Ich bin besser. Bitte sind euch, ne? Ihr seid komplett fucked, der ist Turbo-Pier. Wir machen da nichts mehr, ne? Fein, ich bin fein. Ich bin fein, ich bin fein. Das ist fein. Ich bin nur noch mit Einmal und Orn, würde ich sagen. Bis Freddy Stark ist. Ich bin die Muschläß. Ja, ich würde auch sagen. Ich bin tatsächlich jetzt schon stark. Achso, perfekt. Hat Twitch irgendwas an Sam's? Ja. Ich meine, das ist alles, oder? Wir sollten nichts schauen. Ich meine, die haben keine Zag-Ult und kein... Ich meine, keine Lul-Ult. Du Lul-Ult auch nicht. Ja, wir haben alles ab. Wollen wir nicht mit Orn? Nee, ich bin auch ein Auto-Name. 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 Ich sehe das auch. Ich sehe das auch. Die haben keine Lul-Ult. Keine Lul-Ult, keine Zag-Ult in mich, actually. Äh. Ich glaube, ich bin tot, bevor ich die Ulti casten kann. Ja. Oh, das ist traurig. Schade. Was? Okay. No? Ja. Oh. Ja. Gut, das ist gut. Da kommt keine Waffe. Sieht so geil aus. Das ist... Es ist auch... Also richtig, richtig nice, eh? Ich zone die. Fischstack? Lul-Ult? Lul-Ult Flash. Ja, ist fein. Das ist so insane, was ihr gerade gemacht habt. Acht Stacks. Holy shit. Ah, lass mich doch teilen. Nein. Ja, jetzt müsste ich nur noch nicht inten, dann wäre das alles besser. Versteht ihr den C10? Ja, ich war zu früh drin. Jawohl. Oh nein. Gleift ihr den gerade? Ja. Ich hab's versucht. Wo? Ach, du bist mein Held, Albert. Der hat keinen Flash. Hallo, ich bin Albert. Hallo, Albert. Eiser. Der Olaf könnte von oben irgendwo kommen. Ich bin tot. Ich glaube, ich habe mich gerade für euch geopfert. Ist okay. Du bist doch einfach greedy in den Jungle von denen reingeladen. Nein, ich habe euch gewechselt. Nein, nein, ich habe euch gewechselt. Das ist der Jungle von heute, ne? So ein Held, dieser Albert. Dann bist du ein solcher Held, ja. Oh mein Gott. Oh, großer Held. Ey, zeig mir schön den Pokal. Also, wenn ich Glück habe, dann spawn mein Stack hier sogar noch. Hat der Twitch geflasht? Also, geclanced hat er auf jeden Fall. Ne, geflasht hat er nicht. Ich warte jetzt hier einfach. Ich durfte gerade einfach zwei Turrets nehmen. Ich bin lowkey back im Game jetzt. Ich bin nicht mehr so schwach. Ich glaube, bei unserem Aureon Zeug geht es gar nicht mehr so gut. Ähm. Komm zu ihr. Ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich bin fast, fast hab ich das Geistes Descent. Na, da kann mein Stack nicht. Äh, wir gehen hier raus einfach, oder? Ja, 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 ja. Also, es kann sein, dass wir, oh mein Gott, das ist Twitch. Hat gerült jetzt Twitch, ich kann nicht mehr. Weiß, aber, sag jetzt noch und. Weit, wir haben keinen Turrets hier. Ne, ich bin einfach Twitch? Ja. Ja. Boah, ich bin Polymorph. Ja, ihr seid alle tot. Ich hätte auch basen sollen, ich hätte easy basen können. Ich war's. Okay. Kommst du da raus? Ja. Ich helf dir. Ah, was? Okay. Ey. Okay. Das hat geklappt. Das hat irgendwie geklappt. Ich weiß nicht wie. Aber es hat dann geklappt. Man, das ist überfordert mit der Situation. Oh Gott, das Ticket war schon bereit, Willi. Du lagst keine Ult? Oh, ja. Ich slappe ihn. Habe ich das? Ne, das vielleicht. Ich hätte euch noch bitten sollen. Ich weiß nicht. Oh, ich glaub der rennt sich aber runter. Ich hab Heilungsfähigkeit. Hast du nicht gecancelt, wenn du attackt wirst? Nein. Boom. Warum nicht? Ja, weil zum Features. Wir sollten, wir sollten das, glaub ich, fighten, by the way. Ich glaub, die dürfen das nicht mehr machen. Der Swain ist oben. Ich hab die Big Boy old. Ich hab die Big Boy old. Ja, aber ich hab mein eigenes noch nicht. Was ist mit dem unten hier? Haben wir denn Wort? Wir haben keinen Wort, ne? Wir haben gar kein Wort. Wir müssen eine Ratte kehren. Die Ratte ist Turbo-P. Ja, aber ich hab kein Wort. Ja, okay. Ja, wir dürfen es richtig. Ich darf uns nicht halten. Oh nein, bald wird das nichts. Der Swain kommt, der Swain kommt, der Swain kommt hier. Der Swain kommt hier. Oh. Irgendwie sehr traurig, was hier grad passiert. Das war nicht so cool, ja. Das war nicht so cool, ja. Das war richtig spannend, das Game. Let's go, Leute. Genau, was wir sehen wollten. Ich brauch, ich brauch Radiant noch und dann können wir Fights richtig gut spielen. Wie viel? Also ich outscale halt einfach alles von denen. Was mit dem mit Julu? Ja, ja. Oh, ein Scaling in 10. Also ich hab vier Item Upgrades von euch. Ich krieg Bonus-Stats, also. Wird gebootet. Oh, oh. Wirst du raus wenigstens? Nee. Nee. Oh, Twitch-Flash. Twitch-Flash. Sehr gut. Gut gemacht, Albert. Oh, fuck. Okay. 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 Oh. 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 Wir können. Der hat kein… Hier. Okay. Twitch-Chux-Chux-Chux-Chux-Chux. Ja, ja. Okay. Ich hab nicht mehr traurig. Bin glücklich. I'm not sure we can follow up. Nee ne. Nene, die is cool. Ich hab 10. Boah. Das ist cool. Er bat er mit in den. Da ir back in. Bisschen für… Die Kinder sind halt super, super tanky, ne? Ja, Twitch ist geflasht, Swain ist geflasht, das ist eigentlich sehr gut. Ich darf einfach das Window ausnutzen und Twitch, voll of Twitch Jump mit allem was wir haben, ne? Ich habe jetzt Flash, also ein Files ist ja glaube ich einfach weg. Ja, ich habe Radiant auch, also. Nur noch eine Wave, dann kann ich mir eine verkaufen für... Rein? Rausback. Der Big Hit. Wir decken alle oben, ne? Wir müssen aufpassen, dass die jetzt nicht Nash rushen in der Zeit. Mhm. Ich glaube, ich muss auf Dominik's gehen eigentlich, oder? Machst du's gern? Auf Dominik's, thanky. Ja, du brauchst, also die sind wieder sehr, 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 thanky mit Twitch und das Carry. Scheint so ein bisschen ne, also ich spiel ja immer diese Scheiße, ne? Woher die soll? Twitch OTP. Ist der mit denn an Swain OTP? Ich kenne nur den Twitch. Ah, du kennst den sogar. Ja, vom Namen her, also. Twitch ist Hotlane? Ja, wir können Nation. Ja, wir können Nation. Ja, wir können Nation. Ich bin nicht so... Ich bin noch nicht bester. 2000 Gold. Nein, wir haben Kindred Stacks, die... Du machst den... Du wonnest das, ja, ja. Die waren mindestens zwei unten. Jetzt kommen sie langsam zu hoch. Oh Mann. Ich move aber auch. Wir müssen auf Twitch-Turnen irgendwie. Seid ihr meine Radiant Range? Ja? Ja? Ne, das ist das gar nicht. Ach doch. Voll. Geh? Aber wir waren stets bemüht, dass wir gleich machen wollen, ne? Gar nicht. Ja, stimmt. Niemals, dass die so schnell da sind. Ja, ich dachte auch nicht, dass die so schnell sind, wie wir auch nicht. Kriegen Mitteln ausgepuscht. Ne, Frontline ist halt auch so... So... Sind von... Also aktuell sind die noch sehr, sehr stark, ja? Ich bin noch sehr gut. Ich brauch drei Items. Ja, wir brauchen Kindred-Kliber noch. Bei Items auf Xayah. Ah, ne. Ah, ist wunderbar, ist wunderbar, ist wunderbar. Ah, ist auf jeden Fall wunderbar, ja. Ich hab auch die... Den dicken Stein wieder jetzt. Nice. Oh, hier sind Sack. Ich werde direkt für den Olaf hier schauen. Die laufen alle bot. Ich bin wahrscheinlich überlebt. Also Twitch ist hier. Und Sack ist auch... Wenn ich noch zu steppen. Das ist die Sade. Die Sade, die Sade. Die Sade, die Sade, die Sade. Vielleicht bei dir. Das ist okay, oder? Die haben Flash-Lulu-Ult-Lulu. Ich schläpp einfach, ich schläpp einfach. Ich schläpp einfach. Oh mein Gott. Ich glaub, wir töten den nicht. Okay, what the fuck. Ich dachte, wir töten den einfach. Aha. Ich hab Ekleid. Ich bin nicht klar. Please? Heal it. Nice. Okay. What the fuck. Jackschweil noch. Ähm. Bald haben wir Aberpendel, hoffentlich. Wir töten den danach, glaub ich, auch nicht nach deiner Ulti, ne? Also, wenn er dich nach der Ulti in ... ... direkt one-hitted? Ja, doch. Ich glaub, jetzt bin ich. Wir hören uns ja mehr als er sich halt. Aber ... Wahrscheinlich trotzdem nicht so glatt. Ach man, Willi, das war so lustig mit dir. Jetzt renne ich dich die letzte Runde runter, man. Tut mir leid, Bro. Hä? Das haben wir, das haben wir. Gewonnen das Game. Das beruht hier alles auf Gegenseitigkeit. Diese Runde eher auf mir als auf dir. Geben und nehmen. Geben und nehmen. Ha! Peilgrunde ... Ja, Braff hat noch die Midlane Wave von denen. Das sind noch Twitch im Vis. Ja, der ist hier. Guck ich auf Damage, oder? Wo? Ja. Da rein. Auf Twitch, maybe? Ich komm nicht an Twitch ran. Ich komm nicht mehr an Twitch ran. Das ist fein, ich hab ihn nicht auch gehabt. Insekt-Fassive einfach für dich schon. Zack, 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 zack. Ich soll aufpassen. Twitch. Okay, Twitch. Können wir kurz raus einfach? Komm, kurz raus einfach? Einfach raus, maybe? Mach nix. Oder raus, no? Oh mein Gott, das ist so gut. Wenn du richtig abläuft, ist halt jetzt. Und zwischen der Tobe aber auch? Oh, Twitch, 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 Twitch. Oh, Twitch, Twitch, Twitch. Fails. Fails. Wir können für Drake spielen, wir können für Drake spielen. Wir spielen mit dem Drachen spielen, meinst du? Wir sind Olaf. Ich muss hier rauslaufen. Ich hab Ult, ich hab Ult, ich hab Ult, ich hab Ult. Ich hab Face Rush. Oh mein Gott, Face Rush ist so fähig. Ich bin feinlich, ich bin feinlich, ich bin feinlich. Ich hab Ult. Oh mein Gott, geil. Das ist ja so geil gegen Olaf. Das ist es, das ist es. Wir play damit auch gegen seine Scheiße. Oh. Tippi hinter, Tippi hinter. Tippi hinter. Tippi hinter. Tippi hinter. Tippi hinter. Shoot. Schleute, was ein Fall. Tippi. Okay, okay. Der Klick, komm, komm. Der Drachen nicht stirbt. Ja, ist okay. Das ist okay. das ist noch mal ja du hast den zwei vertrauen ich habe stehen alle hinter dir in der base tatsächlich sehr sehr weit sofort und sofort action da oben mit will ja guter Ja ich habe einfach für Radiant Gold sitzt. Ja der schaut hier. Wir müssen aufpassen. Wir auch so zusammen backholen? Schade. Oh Willi. Der sieht mich mit seinem Gift? Ja. Klar. Seine W sieht ich, oder nicht? Seine W sieht ich, ja. Seine W sieht ich. Ach man. Kannst du nicht ausdecken? Nein. Der Twitch ist hier unten gerade am Vorsnicken, ne? Der Space, der Space, der Space, der Space, der Space. Wann haben wir 16 noch, Aurelio? Mir wird hier gerade geschrieben, sprinte mal bitte runter, ich paypal 50 Euro. Von wem? Mafias. Aber wer hat das geschrieben? Warum will er bezahlen? So, ich bin doch gerade schon dabei. Wir sind Twitch hier. Bin der bitte aufpassen? Wir sind am Auffassen. Haben wir hier einen Ultimate? Also die Krasse? Nee. Nee. Relativ weit weg leider. Ich muss eine kleine machen, davor wahrscheinlich. Datensuite, ne? Sollten können. Seinql ist nochmal basic auf Frozen Heart. Die wollen hier dive in, by the way. Und keine Zeroes mehr. Also wenn er reingeht dann... Ich glaub, ist halt ein Tier 3. Probably 2, ja. Ist nur mit in la... ich verstehe nicht was ich habe es nicht verstanden ist einfach mal so ein bisschen raus da sagt der twitch ist immer was aber in dem abgeben auch nur ein bisschen auf der stern Wir haben die Wave zu cutten. mit der wave kommst du raus fliegt 20 sekunden ich habe nur schaden von olaf bekommen ja ich habe ich habe ich habe kommt nicht auf das ist ja mal twitch ignoriert ja wir können glaube ich so nicht fighten also auf die auf die wir müssen wir müssen für den tisch irgendwie gehen das ist allgemein schon sehr schwer ja wir gehen weiter ich bin kein item zu upgraden weil ich keine xp kriege also wir kriegen super mindestens die kannst du gerne scheren bin ich mehr so viel ich würde was mit unten dem kurz einmal klinik ja sehe ich auch mit darauf passen dass sie nicht investiert guckt schon hier ist hier der twitter gesehen gerade ja ich bin muss ich habe keine und der twitch läuft runter zu euch ich muss ihn aber erst mal sehen ich kann nicht holen jetzt und er redet mir über den top left der fan und drake machen Ja, dann geh ich kurz stop halten, dann kann ich meinen Stern wieder aufladen. Das ist Kindred Stack auch, oder? Ja, das ist Kindred Stack. Aber ich glaub, der kommt zu spät, oder der Stack von Kindred? Nein, nein. Der kommt ein bisschen delayed, ja. Das ist, glaub ich, so maximale Sekunde delayed. Müssen wir den nicht einfach bursten? Also wenn ich ihn nicht bekomme, ist auch weiter, weil ich hab 13 Stacks. Also ich würd ja immer für den Stack greeden, wenn ich du wäre. Jedes Mal. Ich muss unbedingt meinen nächsten Stern lauten, dann können wir falten. Mhm. Ich hab andere Themas jetzt, für Twitch. Ja, ja. Hat der irgendwas geused, leider nicht, oder? Nee, der hat nix benutzt. Äh, die ganze meine Ulti leider jedes Mal. Lulu oder Sek. Ich glaub Aurelion tut jetzt sehr, sehr weh. Also ich hab 400 Stacks, ne? Wenn wir den dicken Stern haben, gewinnen wir alles jetzt. Wie viel der dafür? Mhm, ja. 33% hab ich gerade. Ah, ja, der Olaf, der ist am Red Buff hier, ne? Wie hart ist auch der nicht. Ich glaub die sind nicht. Ja, just kill it. Schön, 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 schön. Ich glaub die kommen. Ja, die kommen, ich glaub die kommen. Denkt an ein kleiner Stern, kleiner Stern. Ja, ja. Wir wollen, ich glaub ich sollte, ich glaub ich sollte einfach nichts machen. Auf Hilfe bitte, wenn du starst, ich kann nicht spielen. Ja. Aurelion warten. Ja, die Aurelion ulti. Ja, die Aurelion ulti. Die ist so crazy, man. Die Aurelion ulti. Aber ich verliere einfach die Hälfte meiner FPS, wenn du die geupgradet hast. Ja, das fühle ich. Ich glaub ich sollte nicht weiter vorstellen. Why? Ich hab Angst. Ich glaub nicht, dass die nach vorne jetzt der Mono Olaf, oder? Glaubst du? Ich glaub ich auch, dass die das erstmal ruhig spielen. Vielleicht schauen sie für Catches mit dem Twitch, oder? Huh, what a banger. Das war noch hell richtig gehalten, gerade. Nur Twitch töten. Wir müssen beide mit Freddy sein Co-Steam vorbereiten kann. Wie lange haben wir denn? Wir haben bis der Nexus explodiert eigentlich, dann darfst du live gehen. Achso, das Game läuft jetzt schon, aber wie multitaskingfähig bist du denn? Ich hab's nicht an. Guckst du halt nebenbei an, oder? Nein, nein, ich hab's nicht an, aber ich glaube, es muss ja langsam gestartet haben. Ja, aber es ist ja gerade 20 Uhr. Ja, es ist wahrscheinlich noch nicht weit im Game. Ich weiß nicht, ob du noch was vorbereiten musst. Wir sind gerade sehr splitted, ne? Ja, ne, ich muss ja, ich muss ja streamen bisher. Ja, genau. Ich müsste den Twitch einmal sehen. Ich brauch noch eine Wave noch. Das sind noch in Crafts. Easy. Easy. Ich hab sogar noch eins dran. Easy peasy. Ja, echt schlimm. Für die nächste Wave gehen? Ich würd für die Wave und ein komplett rollen. Oh, you sure? Ich muss noch kurz einmal den, 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 den mit, den Dings hier setzen. Das ist ein Alpha-Move da unten. Das ist ein sehr große Alpha-Move da unten. Das ist ein sehr große Alpha-Move. Das ist ein sehr große Alpha-Move. Passt auf diesen alle. Die wissen alle, die wissen alle. Die wissen alle, die wissen alle. Die wissen alle. Okay, 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 die wissen alle. Die wissen auch so schön. Okay, Sven ist botlen. Sven hat kein TP. Ja, wir warten auf Arsol und dann in Gate. Ja, ich würde schon auf den Drachen warten. Ja, ich flieg gerade, ich flieg gerade in eure Richtung. Ich hoffe sie mal entgegen. Ja, sag ich noch. Die werden dich nicht botlen und engagen. Ich hab jetzt den dicken Drachen hier. Okay. Nice, nice, nice. Der Twitch hat Flash. Mit Twitch ist oben. Ich seh ihn, ich seh ihn. Hast du's geschafft? Nein. Nein, wir lieben. Okay, leider. Oh. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Ich spiel über den. Ja, Flash in 30, bei der Hölle. Kindlich kann er halt auch easy carry, ne? Ja, wir müssen halt schauen. Ja, wir müssen halt schauen. Also wenn ich mit der Ulti den Twitch knock habe, dann kriegst du deine Ulti eigentlich easy drauf, oder? Ja, der Aoe ist riesig. Ja, wir schauen einfach da drauf, ne? Können ich die Ulti jetzt nicht? Ja, wir können nicht schon machen. Oh. Oh. Oh, Sven hat ein Ult, Sven hat ein Ult. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist Hälfte. Okay, jetzt wollen wir forsen einfach, oder? Jetzt wollen wir theoretisch falten. Wenn wir was sehen, können wir nur machen. Als wir gefeiert haben, ist es einfach komplett schief gegangen, ne? Wenn wir das Problem wissen, wenn wir in die Reihen forsen, kriegen wir den Twitch wahrscheinlich, ja. Genau, genau. Noch warten, dass Twitch sich zeigt, bevor wir heimgehen. Wenn er keine Q-Mart hat, können wir heimgehen eigentlich. Das ist sehr guter Damage. Twitch ist hier hinten. Olaf Ult, Olaf Ult, Olaf Ult. Olaf Ult. Das ist sehr gut. Sehr, sehr low. Sehr, sehr low. Wir haben kein Exai, ja? Wir haben kein Exai, ja? Ich hab Olaf, ich hab Olaf. Wir haben mit einem Drachen gerade. Twitch ist oben. Twitch und Lulu sind oben. Ja, ja. Wir haben alle die Sterne. Wir haben einen Randflash ult für Twitch. Nice, 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 nice. Die sind alle hier unten. Kick, 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 kick. Boah, ich war rooted. Twitch ist hier oben, Twitch ist hier oben. Der ist hier oben im Busch. Kick, kick. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist eine sehr schlechte Position. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Das ist meine Wilde-Sauce. Ich hab noch Flash. Mann. Oh, mein Gott. Oh, warte, warte. Oh, jetzt? Wir haben einen Kinnaminion. Wir haben 30 Sekunden. Die sollten es nicht schaffen, oder? Man Nash, oder? Nee, die schaffen es nicht. Die haben einen Kinnaminion gerade. Der will dann Reset canceln, das Wayne. Ja, der will dann Reset canceln. Der fliegt einfach. Warte mal in die Base fliegen, ne? Ja, aber ohne HP ist schon nicht so geil, doch. Ein Kinnaminion. Die Wave ist noch weit weg. Nee, die haben die Wave nicht hergenommen, ne? Ja, perfekt, perfekt. Die haben Twitch-Flash raus. Also, jetzt, jetzt, wenn wir... Ja, der Fight war wieder genau das, was du angesprochen hast. Wir kamen einfach nicht hin, ne? Ja. Also, wir waren hier in den Show und der hat hier... Ich hab am Anfang direkt zwei gekriegt, aber... Ich glaube, es ist fein, wenn wir so chasen, aber sobald er kann quasi Flash-Ulted auf Twitch, müssen wir halt die nütten können. Sonst ist noch's. Ja. Wollen wir Soul machen einfach, wenn die für den Nash gehen? Ja, ich glaub die. Ich glaub die gehen für Drake. Ja, die gehen für Drake. Ja, die gehen für Drake. Ja, das ist uns für den Nash gehen. Dann gehen wir finish. Ich mach den extrem schnell auch, ne? Ja, ich tippe einfach in Simps. Die haben keinen Twitch-Flash, also... Haben die keinen Flash mehr? Nee, die haben keinen Twitch-Flash, keinen Twitch-Flash. Ich hab danach auch, äh, Rabbanons auch noch. Twitch hat auf keinen Fall Flash. Kannst du mich denken? Wir waren hinten den, ne? Ja, nicht Garten, sondern... Oh mein Gott. Oh nein, das ist... Das sind die 50-Fertig. Der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Da ist das raus? Und das ist... Lass uns rauslaufen? Aber und dann einen Feist suchen. Dann Twitch kein Fall. Wir müssen noch ein Geld drauf nehmen. Dann kommt noch ein Grapp. Dann kommt noch ein Grapp. Dann kommt noch ein Grapp. Oh, oh weh. Ja, die Resetten. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich den Nershuker auswarten, oder? Ey, der Olaf läuft alleine gerade. Warum? Ist das Krabadons jetzt auch, Freddy? Wenn ich jetzt den Dicke Stern nochmal kriege. Das ist der YouTuber, Freddy. Das wäre ein YouTuber vielleicht. Also, wenn der Dicke Stern trifft, Mann. Diesmal wollte er keinen Flasher. Wir sollten für Stopwatches schauen, ne? Ja. Denkst du, du kriegst das hin, bevor er wieder Flashert? Die großen Sterben? Also, ich bin relativ close davor, ne? Ja, dann ja. Ja, ja, ja. Ich glaub, die werden jetzt halt auf dem Nichts forsten, bis Twitch-Flash wieder auf das, oder? Sieht einfach so, als ob wir keine Kindred holt hätten. Ja, sowieso. Keine Sorge, Mann. Was? Wenn ich den Namen über die Kindred lese. Dann sowieso. Es gibt uns auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Spannung geladen, finde ich. Ja. Jetzt auch der Willi-Trash-Talk ist mal ausgesetzt, ja. Willi chillt er jetzt auch, ne? Wann hast du deine Form? Wann hast du deine Form? Ich hab meine Form jetzt. Ich kann nicht mehr Form laufen. Ich hab Sky-Essens, lass uns draußen jetzt. Wir können raus, ich kann nicht mehr. Wenn ihr sie ihr Geld, wir können beide Stopwatchen. Wir haben keine Twitch-Flash. Wir haben kein Flash für den, aber. Ich glaub, der Twitch wird nur reingehen. 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 Das auch. Wir sehen nicht Twitch. Lulu ist hier. Der Zach fühl's safe hier. Einfach Free Damage. Free Damage, ja. Zach engage uns. Backlane. Twitch ist hier hinten. Ja, Twitch hat GA. Ich hab Twitch noch was hinten. Noch Zach, Zach, Zach. Ja, ja. Ich hab jetzt Zähne. Oh mein Gott. Der Stern ist so viel. Es ist noch ab, es ist noch ab. Es ist noch ab, es ist noch ab, es ist noch ab. Nice. Jungs kommt her. Ich denke, ich denke, ich denke. Ich denke, ich denke, ich denke. Let's go. Wir können für Endschauen. Was ist das denn? Traurig. Endlich sieht so geil aus. Ja, das wird enden. Ja, 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 ja. Das enden? Die enden das? Ja. Das ist geil. Ich glaub, meine Aurelion hat noch zu viel Spaß. Oh, das ist so geil, ne? Die ulti war ja so geil. Aurelion ist so geil. Ich hab zwar wieder 60er PS verloren, aber... Ja, ich auch. Nice. Richtige Kills. Wie big mid-diff. Oh, das lese ich so gerne, ne? Brrrr. Der Chimps. Das ist so geil. Mann. Dieser scheiß Sterb. Oh, lieber sein Game. Let's go. Der geht ja auch einfach... Du kannst ihn ja nicht mehr dodgen zu dem Zeitpunkt, ne? Also, das geht ja über die ganze Karte da teilen. Ja, der kann ja nicht mal flashen. Nein! Du kannst nichts machen. Du kannst nicht mal mehr rausflaschen. Und vor allem, wenn du auch rauskommen würdest, dann triffst du dich ja trotzdem diese Schockwelle. Ja, die macht nicht so viel Schaden, aber sie slowt dich ja dann trotzdem. Ja, die macht trotzdem insane damage. Dafür, dass sie halt quasi Karte so... Also, einfach insane ist mit dem Slow noch rum drauf. Ja. Das ist ein... So ein geiler Champion ist das. Und sehr OP. Das sah schon sehr geil aus. Wollt ihr noch eins machen und wir verfäden, falls es nicht dich aussieht? Also, ich würde jetzt essen und so. Ja, aber ich muss noch... Eins brauche ich noch. Theoretisch. Ich stehe seit zehneinhalb Stunden. Ich würde schon ganz gerne... Ja, sag mal. Toll gehen. Zeigen der Schwäche hier. Wenn wir dann nach... Also, wir können Early Game Kommt schon dann erff'n, wenn ihr möchtet. Okay. Ja, weil... Ich werde da eh nicht so lang zahlen. Ja, du musst ja noch zum Cast, ich weiß ja. Genau, genau, genau. Aber ich würde lieber einfach... Ich glaube, es ist chilliger für alle, wenn wir jetzt einfach... Also, ich zumindest nicht weitermache. Ja. Alles klar. Gut. Willi, danke für die Games. Vielen, vielen Dank euch drei, ne? Jo. Dankeschön. Dass ihr in die Frische gesprungen seid. Also, ich hab' Bock oft gern nochmal. War ne geile Dynamik. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, hat richtig Bock gemacht. Ja. Und, Willi, ne? Wir haben dich trotzdem lieb, ne? Ja. Gerade dich hab ich nicht. Was? Also, gerade Willi. War doch voll geil. Danke euch für die Games, Leute. Jo. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. So.